2 Minuten sind um! Moment! Heiss! Nein! Das war ein geiles Tor! Ja! Es war! Es wird so lange hier zu bleiben! Und jetzt hat Heiss doch richtig die Visitenkarte abgegeben! Schauen wir uns das jetzt an! Ja! Er nimmt ihn wieder auf! Beschrieben habe ich es Ihnen ja schon! Wahnsinn! Wahnsinn! Habe ich nur einmal bis jetzt erleben dürfen! Live von DB in der deutschen Eishockey-Liga! Jetzt haben wir es auch!